Ich bin voll hässlich. Ich stehe dazu, aber... Ich bin hässlich und nicht mehr stolz. Lauter. Keine Socke für Jörg. Nein, ich brauche keine Socke. Ich habe schon eine weiße Socke für dich. Ekelhaft. Die war bestimmt mal weiß. Jetzt hat sie bestimmt andere Farben angenommen. Die sind schon so leicht vergilbt und wenn du es anziehen willst, schneidest du dir erstmal einen Fuß. Die ist bestimmt steif. Kannst du es auch hinstellen. Die wirfst du gegen die Wand und die läuft die Wand alleine hoch. Ja, weil hier eine Quest ist. Hä? Doch nicht. Hä, wo ist denn der Penner? Ja, das ist, weil du dieses Questings hast. Ja. Das ist manchmal so verbuggt, wo die Leute stehen. Rückzug. Abbruch. Jörg Socken kann alleine stehen. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist einfach schon fünf Jahre her. Leck mich doch am Arsch. Wir werden alt, mein Freund. Ja, bist du überhaupt? Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ist das 25, 26? Ja, 24. Ja, Entschuldigung. Ja, 24. Ist aber kein Problem. Alter, ich werde immer älter geschätzt. Ich fühle mich jetzt so alt. Ja, verstehe ich. Naja, dafür habe ich graue Bartherrchen. Das sieht gut aus. Egal, ich bin nicht 24. Ich wäre gerne nochmal 24. Achso, lügt ihr mich auch noch? Nein. Hä? Oha, oha. Okay, ich sag die Weit. Ich bin 26. 26. 26. Ich frage gleich deine Frau. Sie sagt mir die Wahrheit bestimmt. Kein Problem, sie wird es einfach bestätigen. Wenn sie auch nur für dich lügt, oder was? Macht sie aber nicht. So, ich mache mir mal noch ein bisschen Wasser. Das ist ein bisschen Wasser. Ich bin on the road again. So, wichtig. Wichtig. Jörg ist im Herzen 35, aber immer so in the real 45. Sven, du sollst nicht von dir reden. Nein, ich bin 28. Ich bin zarte 28, Gals. Will ich noch 11? Nein. Einfach hinter den Gegner geportet. Hilfe, bitte. Gar kein Problem. Gut zu viel, der Milch. Gar kein Problem. Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Verlaub mich hier, immer. Worte auch noch nie drin. Ne? Ne. Ich hasse das hier. Noch niemals. Es ist wie wenn Jörg meinen ganzen Namen sagt und dann, wenn mein Nachname noch mit dabei ist, dann wird es gefährlich. Hm. Du weißt Bescheid, Basti. Du weißt Bescheid, mein Freund. Was macht der? Ich bin hässlich und ich bin stolz. So ein Ding ist es. Guten Abend, Johnny in Oxville. Wie ist die Lage, Chris? Die Lage ist sehr gut. Wie ist denn die Lage bei dir, mein Freund? Ich hoffe doch ebenfalls sehr entspannt. Was habe ich nur mit den alten Männern? Ich bin nicht alt. Ja, war. Laura. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Quasi. Musst du diese blöden Zafiri auch einsammeln? Was musst du einsammeln? Zafiri. Die Kristalle an der Wand oder was? Ja. Oder was musst du? Ja, ja. Die Kristalle. Hier, komm zu mir. Ja, ja. Hoch, runter, ab durch die Wand. Alles super. Let's fucking go. Wichtig. Wichtig und richtig, Chris. Ey, Chris, das sieht denn eigentlich bei dir aus? Hast du jetzt wieder was Festes? Hast du jetzt wieder was Festes, Großer? Dann stehst du jetzt da auch wieder ein. Hier. Ah ja, wusste ich. Wusste ich. Chris, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass ich deinen Status im Discord ein bisschen feier. Ich bin so motiviert. Ich könnte, was, wie, wie heißt es? Ich bin so motiviert, ich könnte Böll mal anschauen. Junge, ich finde es so geil. Hier hinten ist auch noch Hilfe, bitte. Was ist los? Wo bist du, Wingenjungen? Ja, immer noch hier. Warum bist du alleine? Ja, weil alle anderen wegrennen von mir. Ich glaube, ich bin doch ein bisschen zu hässlich. Du bist einfach zu langsam. Ja. Die können wir gleich sammeln. Das können wir gleich sammeln. Klar, Junge. Gehen wir und spazieren. Gar nicht. Händchen und Händchen und so. Ja, Mann. So, wir sind da. Ein bisschen gefällt mir. Rein da. Jippie. Hab dir ein Foto von dir geschickt? Was ist denn wieder so ein Bauhaus oder wie? Junge Sven, ich hasse dich so, ne? Oh, Tank. Zeig mal, was du drauf hast. Skrurl. Jippie. Skrurl. Go, Tank. Was mach ich jetzt? Was macht der? Ist der dumm? Nein, jetzt wollte ich mir gerade irgendwas rüberdingsen. Lost. Tank macht Pause? Okay. Wer macht Pause? Der Tank? Keine Ahnung. Hallo, aufstehen. Pass auf, jetzt ist er überhaupt nicht als Tank, sondern als DD. Ne, der hat ein Schild. Wenn der jetzt DD mit Schild spielt, dann verstehe ich die Welt auch nicht mehr. Hau ihn. Wow, der hat halt aber seine Weihe sehr spät benutzt. Ja, er ist halt doch ein Lowi. Ich hab die Akko geklaut. Let's go. Ähm. Go. Rein da. Moritz. Tu was. Ich glaube, der hat nicht gecheckt, der muss seine Weihe als erstes legen. Ich glaub, das hat er wirklich nicht gerafft. Ja. Ich glaub, der hat auch nicht gerafft, dass er Akko irgendwie... Weißt du? Ich glaube, der hat checkt nämlich gar nichts. Ja, hab ich ja. Möglich. Möglich, möglich. Punkt wird der Vertrag unterschrieben. Donnerstag geht's nur OE schon? Das ist geil. Was macht der? Das freut mich, Chris. Geht's endlich wieder bergauf. Man schreibt mich gerade, wie Pamela Anderson die Deutsch schreiben will. Nicht nur mein Name, sondern mein Status. Auch Ehre. Gott ist sehr tief. Versteh ich nicht. Ist er tot? Wo sind denn die anderen überhaupt? Was sind denn alle hier? Nö. Hilfe, bitte. Okay, skip. Skip, skip, skip. Ich bin ehrlich, ich feier den Tank nicht so ganz. Hm, egal. Hohe Bedrohung. Ist doch gar kein Problem. Wo gehen die jetzt hin? Zum Looten. Ja, wichtig. Wichtig und richtig. Tschö, ich bin weg. Ach, das ist doch das, was wir gemacht hatten, Laura, ne? Oder? Ich dachte, warst du nie hier? Hast du mich angelogen? Doch, ich war, ich erinnere mich, weil ich hier, hier bin ich nämlich wie Super Mario, als hätte ich das in meinem Leben noch nie gespielt, bin ich hier ständig ins Wasser gefallen. Also, wenn es das, wenn es das war. Wenn es das war. Ja, hier musst du gleich springen ein paar Mal. Da waren wir schon. Ah ja, schon, genau, ne? Ich dachte es mir nämlich. Oh, wie der hier, gib mich einfach, einfach... Hä, nein, aber wenn ich das hier jetzt sehe... Yippie! Da kommt... So bad. So bad! Haha, Yippie! Yippie! Ja, hat es noch einer nicht geschafft. Alles PP-Gas, wirklich. Alles PP-Gas. Holy shit. Ballack. Ballack. Hilfe. Ja, komm. Machen gleich, Duell. Yippie! Ich hoffe, du freust dich über deinen Ingame-Post. Was hast du mir geschickt, Sven? Wärst du die Lieder letztes gefunden? Welche Lieder meinst du, Chris? Dom und Mochi als Ziel? Stimmt, genau. Genau, 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 genau. Und da habe ich, äh, dachte, ich bin einfach der letzte Mensch, der es überhaupt nicht hinbekommt, da irgendwie langzuspringen. Einfach der letzte Mensch. Hallo, nicht looten. Warum? Ja, weil... Ja, meine ich doch. Ich habe dir was ganz Wichtiges geschickt. Boah, jetzt bin ich aber gespannt, wie so Spannbett lagen, ne? Jetzt bin ich aber gespannt. Hab heute erst mal achtzehner Taschen gebaut, huch. Sind die nicht arschteuer, wenn du das Zeug bauen musst? Ich bin gestern einfach noch eine Runde, ähm, Strattholm-Solo gegangen. Weil... Nee, ich brauche aber ganz, ganz, ganz viel, äh, Runenstoff. Für meine Schneiderei, da brauchst du halt irgendwie 800 Stück oder so. Das habe ich da ein bisschen gefarmt. Und nebenher alles, was gedroppt ist, schön verzaubert, äh, entzaubert. Ist ein Schamane Stoffi? Äh, hat... Also, aus Beruf? Ja, ja. Warum? Schneider VZ habe ich mit dem. Okay. Go Tank, pull! Schneider VZ! Marcel, mein Lieber, vielen lieben Dank für dein Sub-Gift an Chris. Warum geht er auf den anderen? Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Großer. Einfach, einfach die beste Community seid ihr. Die ich per Spotify hier reingemacht habe. Achso, wie ich die... Ja, äh, gut. Hatze halt. Hatze ist okay, geht immer. Hatze geht immer. Ich dachte jetzt, äh, ob ich irgendwelche Lieder gefunden habe. So dachte ich jetzt. Ich werde nicht ziehen wie der Agro. Nee, du machst keinen Flächenschaden, bitte. Oh, Mann. Nie darf ich Flächenschaden machen. Nein, ich klaue direkt Agro. Das ist doch unnormal. Nie darf ich Flächenschaden. Dieser Chief ist einfach... Ich mach doch einen Flächenschaden. Ist mir egal. Ich muss das nicht auswarten. Ich mach noch mehr Flächenschaden. Jippie! Gar kein Problem. Ui, ich wäre wussend. Brauch ich nicht. 18, Junge, 18 Monate jetzt schon. Heilige Scheiße. Ich hab gezockt und hab dich vergessen und hab nur gesehen, dass du gelohnt hast. Das konnte ich nicht mehr fragen. Nee, war gut. Ich weiß nicht, wohin. War gut. War gut. Ja. 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 Ja, 123. Ist okay. Ja, fast. Easy. 129. Easy. Marcel, wirklich vielen, vielen lieben Dank von Herzen. Herzlich willkommen. Johannes, John Cito, Yuma, Julian und Mary, let's go. Hat die Richtigen erwischt. Christo, folgst seit 21. Februar 21. Was? Der Tank ist echt. Soll ich die Knalle zünden? Zünd den Knaller. Geht's jetzt. An diejenigen, die sich einen Subcard ergaunert haben, bedankt euch bitte bei Marcel. Alles andere als selbstverständlich, was er hier macht. Aber sofort. Aber ganz schnell. Die Schlawiner. Sonst werdet ihr in den Schrank eingespürt wie Harry Potter. Oha, einfach die Besenkammer. Danke, Jörg. Hab's auch gesehen. Kein Problem. Ich helf doch, wo ich kann, oder? Ja. Hab's auch gesehen. Oha, ha 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 ha. Toll. Irgendwie hin. Vielen Dank.